Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, 12. Januar 2017. Hier ist Martin Rechsteiner, der Poughkeepsie für euch in der Geek Talk Daily. Und ich habe die folgenden Themen mit euch, äh, für euch eingepackt. KeyPass, Onion Browser, Facebook, Apple Fixed, Gerüchte. Und ja, das war's dann auch schon. Denn zum ersten, KeyPass, wer Passwörter nutzt in diesem Internet, sollte starke Passwörter nutzen. Ob man da sich selber irgendwas ausdenkt und möglichst starke und gute Passwörter generieren kann im Kopf. Oder ob man da auf einen Assistenten setzt, der einen dabei unterstützt. Das darf jeder selber entscheiden. Ob man da auf KeyPass setzen möchte, ob man da auf OnePassword, was auch immer, setzen möchte, ist eigentlich grundsätzlich egal. Die Hauptsache ist, dass ihr starke Passwörter nutzt und dass ihr unterschiedliche Passwörter nutzt. Dazu haben wir ja in der Geek Talk 12.13, eigentlich schon eine ältere Sendung, eine Sonderfolge zum Thema Passwort gemacht. Eine Sendung, die auch heute noch sehr, sehr aktuell ist und ihr euch unbedingt mal anschauen solltet oder weiss ich sagen, hören solltet. Kennt ihr Leute, die sich nicht so gross damit auseinandersetzt? Gebt ihnen mal die Empfehlung zu dieser Sonderfolge. Ja, KeyPass gibt es jetzt neu in der Version 2.3.5. Da wurde vor allem am Thema Sicherheit und zusätzliche Stärke gearbeitet. Wer also auf KeyPass setzt, sollte sich das Update unbedingt reinziehen und installieren. Dann gibt es das sogenannte Tor-Netzwerk. Über das kann man relativ anonym surfen oder zumindest anonymer als normal surfen. Und dazu gibt es einen offiziellen Browser, Onion Browser nennt sich das Ganze und der wird in Zukunft kostenlos sein. Der Entwickler dieses Tools hat sich gesagt, also dieser App hat sich gesagt, dass er eigentlich mit den Einnahmen, die er über den Browser gemacht hat, nur die Apple-Mitgliedschaft für die Developer Connection finanzieren möchte. Das hat er geschafft, also sprich, das Geld ist soweit zusammen, dass er auch in den nächsten Jahren fleissig die 99 Währungseinheiten bezahlen kann. Und somit hat er sich dafür entschieden, dass der Browser ab sofort kostenlos ist. Ich werde mit dem mal installieren, ein bisschen anschauen und je nachdem werden wir dann vielleicht auch auf dem pokipsi.ch-Blog ein Review dazu verfassen. Die Akkukiller. Es gibt ja einzelne Apps, die können Akkukillen auf euren Smartphones. Und für das bietet Android, aber auch iOS eine Übersicht in den Einstellungen, wo ihr nachschauen könnt, welche der Apps am meisten Akku bei euch saugen. Vielfach ist da Facebook oder Facebook Messenger drunter und hilft euch, dass der Akku ziemlich schnell leer gesaugen wird. Zumindest beim Facebook Messenger wurde jetzt serverseitig ein bisschen was gefixt. Und ihr solltet den Messenger neu starten, womit ihr dann schlussendlich auf der Android-Seite ein bisschen mehr Akku habt, um durch den Tag zu kommen. Das nächste ist ein Fix, den Apple anscheinend jetzt hinbekommen hat. Es gibt ja diese unterschiedlichen Akkulaufzeiten auf den neuen MacBooks, die zwischen 4 und 18 Stunden sind. Also 4 ist ziemlich unwahrscheinlich, 18 Stunden geht auch in Richtung unwahrscheinlich, je nachdem, was ihr damit macht, logischerweise. Aber vor allem eben dieses Auf- und Abfahren, das ist ein Problem. Und anscheinend konnte Apple da ein bisschen was fixen. In der Beta-Version ist zumindest schon mal was gefixt worden, was jetzt wirklich, so wie es aktuell zumindest ausschaut, funktioniert. Müssen wir mal den Jan fragen. Ich glaube, der ist immer noch auf der Beta-Version, aber nicht sicher, ob er so ein neues MacBook ist. Da glaube ich nicht. Auf jeden Fall, in wenigen Wochen wird ja dann das offizielle Update, das nächste grössere, von macOS rauskommen. Und da soll das Ganze dann drin sein, dass alle ein bisschen besseres Strom-Balance bekommen. Dann geht es weiter mit einem Produkt, das aus der Gerüchteküche kommt. Anscheinend ist Apple und Zeiss, Brillenglas-Hersteller, am Arbeiten an der Argument Reality, AR-Brille. Das wird spannend. WWDC ist ja nicht vor den Türen, wie man so schön sagt, sondern erst im Sommer. Aber ja, Gerüchteküche ist immer wieder mal schön, wenn es nicht schon wieder um das neue iPhone 8 geht, wenn da mal was anderes kommt. Wir werden es sehen. Vielleicht sehen wir ja in diesem Jahr etwas in die Richtung. Zumindest Tim Cook hat ja schon mehrfach gesagt, dass in dem Bereich AR ziemlich viel Potenzial ist. Instagram hat eine neue Möglichkeit gefunden, Geld zu generieren. Wie das grosse Vorbild in dem Sinn oder den Klon, den sie ja gemacht haben von Snapchat, Instagram Stories. Da möchten sie in den Stories drin, also zwischen den Stories von euren Freunden, Followern und so weiter, möchten sie Werbung einbinden. Logische Schlussfolgerung und ja, mal schauen, wie das von den Nutzern angenommen wird. Wer gerne Wii U-Spiele spielt, sollte sich einen Emulator auf dem Computer, also vielleicht auf dem PC mal anschauen. Zemu, wie man es auch immer aussprechen mag oder soll oder kann, ist ein spezieller Emulator für den PC, denn damit könnt ihr normalen Nintendo-Titel in 4K-Auflösung spielen. Wir haben einen Bericht von GameStar.de verlinkt und da könnt ihr euch ein paar Spiele aus der Wii U anschauen, wie die mit 4K-Auflösung ausschauen. Mein Beispiel, was ich halt kenne, ist Super Mario 3D World. Das habe ich selber und schon gespielt. Schaut schon dezent anders aus, wenn ihr das Ganze in 4K spielen könnt. Nintendo ist ein gutes Stichwort. Morgen um ziemlich die Zeit, sprich 5 Uhr morgens geht es ja los mit der Nintendo-Pressekonferenz zur Switch. Da gibt es Neuigkeiten zu dem Ganzen. Gestern hatte ich ja schon etwas in die Richtung und ja, dürfen gespannt sein. Es reicht leider nicht in unsere Daily-Folge mit rein, da dann die Neueste schon draussen ist. Aber wenn es etwas Größeres gibt, werden wir sicherlich einen grossen Geek-Talk, also einen Mutter-Podcast, in den Spielefolgen berichten darüber und eventuell sogar in den Newsfolgen. Das werden wir noch sehen. In diesem Fall bedanke ich mich wieder mal, dass ihr mit uns in den Tag gestartet seid. Wir wünschen euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Donnerstag, Morgen, Mittag und Nachmittag und genießt den Abend, wenn ihr dann hoffentlich Feierabend habt. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek-Talk. 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 Untertitelung des ZDF, 2020